Willkommen zurück. Mein Name ist Marius Eber. Wir sind in einer Videoserie, in der es um das Arbeitsgericht geht. Diese Mindmap bekommen Sie kostenlos zum Herunterladen als PDF unter spaßlerndenk-shop.de. Gehen Sie oben in der Leiste auf Herunterladen. Dort kriegen Sie das als PDF. Wir sind fast durch mit dieser Mindmap, denn die Instanzen im Arbeitsgericht sind Gegenstand einer besonderen Mindmap, die Sie auch im Shop bekommen, an der gleichen Stelle. Das heißt, an dieser Stelle und in dieser Mindmap geht es jetzt nur noch um die Richter, weil die anderen Themen, hier Rechts, Rechtsgrundlage, die Begriffsklärung, Urteils- und Beschlussverfahren, Leistungen und Feststellungsklage, die sachliche und örtliche Zuständigkeit der Arbeitsgerichte bereits in den vorherigen Videos geklärt wurden. Also jetzt muss man noch eines wissen. Ach ja, die arbeitsgerichtlichen Besonderheiten natürlich auch hier unten. Eines wissen nämlich, es gibt beim Arbeitsgericht neben den Berufsrichtern auch ehrenamtliche Richter. Und das sind die, die den hauptamtlichen Richter, den Berufsrichter oder die Berufsrichterin rechts und links flankieren. In der Regel keine Robe tragen, während der Berufsrichter oft an der Robe zu erkennen ist, die er trägt. Also ehrenamtliche Richter, das ist geregelt in den Paragraphen 20 folgende Arbeitsgerichtgesetz. Dort kann man auch entnehmen, was die Voraussetzungen sind, dort ehrenamtlicher Richter zu werden. Grundsätzlich muss man vorgeschlagen werden, entweder von den Organisationen der Arbeitnehmer, also von den Gewerkschaften oder von den Arbeitgeberverbänden. Man achtet dort auf paritätische Besetzung, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseitig. Muss man ein bestimmtes Lebensalter haben, darf nicht vorbeschraft sein und so weiter. Dann kann man ehrenamtlicher Richter werden. Das ist sehr interessant, lohnt sich allerdings finanziell nicht, denn es ist ein Ehrenamt. Das heißt, man bekommt eine Aufwandsentschädigung, aber man kann dadurch nicht zusätzlich etwas verdienen. Und dann gibt es den Berufsrichter, der zusammen mit den ehrenamtlichen Richtern sich berät und das Urteil dann fällt. Okay, das war es für diese Map, die Sie wie gesagt kostenlos bekommen unter spaßlein-shop.de. In der nächsten Mindmap nehmen wir uns vor die Instanzen in der Arbeitsgerichtsbarkeit. Bis gleich, mein Name ist Marius Ebert, vielen Dank. Mein Name ist Marius Ebert, vielen Dank. Vielen Dank.